Musik Musik Verbinden Sie Ihr Smartphone oder die Kamera als erstes mit dem Computer Starten Sie Ihr Videoschnittprogramm und fügen Sie Ihr gedrehtes Material dem Programm hinzu Schauen Sie sich Ihr Material im Schnittprogramm an Die meisten Schnittprogramme erstellen aus der Anzahl der gedrehten Bilder einen chronologischen Filmstreifen Dieser muss dann bearbeitet werden Im Bearbeitungsmenü finden Sie die Funktion Clip teilen Nutzen Sie diese, um die gewünschten Filmabschnitte herauszuschneiden Löschen Sie die übrigen nicht gewünschten Abschnitte Exportieren Sie den fertigen Film Die meisten Schnittprogramme bieten schon beim Export verschiedene Optionen an Sie können dann direkt auswählen ob Sie das Video für Facebook, YouTube oder andere Zwecke benötigen Fertig ist Ihr selbstproduzierter Film Sie können ganz sure, als dass sie das cię Sh05 değiştfed sind abonnieren Sie den fertigen Film 再见